Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und wir sprechen heute wie versprochen über die neuen Anlinien und Partnerschaften. Ja, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, in dieser wirklich spannenden Zeit, erleben wir einen so großen Wandel, dass wir immer mehr aus der körperlichen Wichtigkeit herausgehen und an unsere Seelenqualität angebunden werden. Und es bedeutet im Hinblick auf unsere Herkunftslinie oder Blutslinie, dass wir da auch einen Wandel erleben. Du weißt, ich spreche oft vom Aufstiegsprozess und von den körperlichen Veränderungen, die sich daraus auch ergeben. Wir werden grob genannt von einer Kohlenstoff- auf eine Siliziumstruktur in unseren Zellen gewandelt, umgebaut und bestehen damit immer weniger aus unseren irdischen Bestandteilen, sondern vielmehr immer mehr aus Information, was genau genommen immer schon so war, auch auf Kohlenstoffbasis. Aber durch diese Siliziumstruktur erreicht das Ganze eine ganz neue Ebene. Und somit ist dieser alte Spruch, den wir oft verwenden, Blut ist dicker als Wasser. Also die Herkunftsfamilie ist wichtiger als was man sonst so kennenlernt. Das ist nicht mehr wirklich zutreffend inzwischen. Es ist noch zutreffend für unsere selbstgewählte, selbstgegründete Familie, aber nicht zwingend für die Herkunftsfamilie. Und darauf möchte ich jetzt auch wirklich näher eingehen, weil das hat den Grund auch in der aktuellen Zeitqualität. Das hat den Grund, dass sich derzeit bei den Menschen, die ihre Ahnenthemen aufgearbeitet haben. Wir können das ja alles erlösen, was da noch hängt. Sozusagen auch eine Loslösung einstellt von Themen, die eben übernommen und dadurch ausagiert wurden, aber gar nicht oder nicht mehr zur eigenen Seelenqualität passen. Und es ist natürlich eine große Befreiung, aber für manche auch wirklich eine große und vielleicht sogar unerwartete Veränderung. Also man merkt dann auf einmal, dass einen das alles nicht mehr interessiert, was man da immer in der Familie so durchgekaut hat, durchdiskutiert hat, ausagiert hat oder an was man irgendwie so gehaftet hat. Weißt du, sentimentale Erinnerungen, Gespräche von früher, was auch immer. Und dass ja auch die Familienmitglieder der Herkunftsfamilie, wenn sie sich nicht mitwandeln wollen, auch zunehmend uninteressanter für einen werden. Natürlich ist man immer irgendwo noch verbunden durch die gemeinsame Vergangenheit und wenn man einfach in einer Familie vielleicht sogar sehr eng als Eltern und Kinder oder so inkarniert hat und gewisse Erfahrungen und Erinnerungen sind natürlich immer im Feld und das nimmt einem auch keiner. Aber wenn die emotionale Ladung herausgenommen ist, weil die Themen aufgearbeitet wurden, dann genügt das nicht unbedingt, also das, was noch verbleibt, um den Weg miteinander weiterzugehen, sondern dann entscheidet man vielleicht neu. Vielleicht ist man schlichtweg gelangweilt, keine Lust mehr auf diese Gespräche oder diese Menschen. Oder man merkt einfach, dass die Welten so derart auseinanderklaffen, dass es zumindest derzeit keinen Sinn macht, das weiter zu verfolgen. Vielleicht macht man mal eine Pause voneinander, vielleicht dauert diese Pause dann aber auch ewig an. Ja, interessanterweise, ich habe letzte Woche schon angefangen, über dieses Thema zu sprechen, im Impulse März Podcast. Und direkt danach ging ein ganz, ganz schönes Gedicht oder Zitat durch die Telegram-Gruppen von Inga Banati. Und das greift einfach die Qualität dieser Zeit so schön auf, dass ich es hier auch reingenommen habe und dir jetzt vorlesen möchte. In jede Ahnenreihe wird eine Seele geboren, die in den heiligen Kampf zieht. Sie ist die eine Seele, auf die lange gewartet wird, eine, die das Leid ihrer Generationen beendet, die stark ist und die alten Traumata löst, die den alten Fluch bricht, eine, die sich erhebt und alle Ahnen vor und nach ihr befreit. Wenn du diese Aufgabe in deiner Ahnenfamilie hast, wirst du in diesem Leben viele Schmerzen erleben. Du wirst viele Prüfungen bestehen müssen. Du wirst durch viel Leid gehen, dir wird viel Dunkles begegnen. Und gleichzeitig wird dein Licht immer heller werden. Vielleicht fragst du dich, warum dir das alles passieren muss, wer dir das auferlegt hat, wem du etwas getan hast, dass dir das alles so geschieht oder ob du dort jemals rauskommst. Lass dir sagen, das passiert alles nicht, weil du bestraft werden sollst. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast oder weil du in diesem Leben leiden musst. Es ist da, damit Heilung geschehen kann. Du bist diese eine Seele, die stark genug ist. Du bist es, die Erlösung bringt, die ihre Generationen befreit. Du bringst Frieden. Du bringst Heilung. Heile deine alten Leben. Beende die Kriege deiner Ahnen. Befreie sie von allem Schmerz. Löse ihre Ketten. Versorge ihre Wunden. Bring ihnen Vergebung und mach Frieden. Sie warten schon so lange auf dich. Ja, also ich finde das ganz ergreifend, wie schön die Inga das formuliert hat. Mich hat es ergriffen, weil ich habe mich da selber total drin erkannt. Also als ich Kind war, als ich Jugendliche war, genau so habe ich mich immer gefühlt. Wirklich verzweifelt, im Dunklen, ängstlich und nicht wissend, ob ich da jemals wieder rauskomme. Und ja, jetzt lebe ich so ein freies, selbstbestimmtes, wunderschönes, glückliches, gesundes Leben. Und ich glaube, deswegen macht es auch Sinn, solche Podcasts zu machen, um euch einfach auch an die Hand zu geben, hey, du kommst aus allem raus. Wenn du ungefähr so einen Fahrplan hast und vielleicht auch so ein bisschen eine Bedienungsanleitung für dich selbst als Wesenmensch, beziehungsweise auch für diese Matrix und wie wir aus ihr rauskommen. Ja, wir sind die Generation, die jetzt die ganzen alten, niedrig schwingenden Energien erlöst. Und mit manchen Menschen waren wir eben tatsächlich nur zu diesem Zweck überhaupt zusammen. Wir haben zusammen inkarniert, um diese alten Dinge sichtbar zu machen, um sie zu erlösen, indem wir uns zum Beispiel immer und immer wieder gespiegelt haben, was noch erlöst werden darf. Ja, auch immer wieder diesen alten Schmerz, die Wut, die Scham, was auch immer, es immer wieder sichtbar zu machen, damit wir es greifen, begreifen und erlösen können. Und wenn wir jetzt diesen Weg der Erlösung gehen, vielleicht schon einige Zeit gehen, dann können wir den Wandel ganz klar beobachten und auch ganz tief verstehen, dass wir eben nicht unsere Vergangenheit sind, dass wir nicht das sind, was uns passiert ist, sondern wir sind das, was wir wählen zu sein. Das wiederhole ich immer und immer wieder, denn das gilt für diese Zeit. Wir dürfen uns von unserer Vergangenheit befreien und neu wählen. Und ich weiß, dass viele von euch, vielleicht genau du, dass du jetzt vielleicht traurig bist über den einen oder anderen Abschied oder ja, vielleicht hast du auch ganz und gar mit deiner Herkunftslinie gebrochen, abgeschlossen. Aber sei dir bewusst, du bist gerade dabei, etwas völlig Neues zu beginnen. Du bist gerade dabei, eine neue Linie zu gründen, eine neue, saubere, liebevolle, lebensfreundliche Linie. Wir sind so großartige, wundervolle, schöpferische Wesen und wir befreien uns gerade von den Ketten unserer Vergangenheit und gehen neue Wege, neue Wege in eine neue, gemeinsame Welt, über die ich schon so viel gesprochen und geschrieben habe. Und wer das noch nicht kennt, ich kann mich nicht immer wiederholen. Deswegen lest hierzu gerne mein Buch Involution, in dem ich auch auf den ganzen Aufstiegsprozess von Menschheit und Erde detailliert eingehe. Aber um beim Thema jetzt zu bleiben, beim Transformieren dieser alten Energien, die wir nicht in die neue Welt mitnehmen wollen, sind sowohl unsere Familie als auch unsere Partnerschaften betroffen. Partnerschaften sind zwar keine Blutsverwandtschaften, aber die hängen natürlich direkt dran, weil wir kommen aus einer Familienstruktur, aus einer Vergangenheit, die uns programmiert hat, irgendwann in Partnerschaften hinein. Und wenn wir jetzt aber beginnen, diese Ahnenlinie zu säubern, zu erlösen und zu energetisieren, dann bedeutet das, dass manche Programme ja gar nicht mehr da sind, die wir bisher in den Partnerschaften ausagiert haben, beziehungsweise über die wir überhaupt Partner angezogen haben. Und da will ich jetzt mit dir noch gemeinsam näher drauf blicken. Ich gliedere das mal in zwei Filter. In den letzten Jahren ging so ein Filter durch unser Leben, also ich spreche konkret von diesen drei besonderen Jahren, die wir da jetzt hinter uns haben, seit 2020. Und dieser Filter, der filtert immer feiner. Genau genommen kann man sagen, erst gab es so einen groben Filter, der unser Leben irgendwo verändert hat, ja teilweise sogar auf den Kopf gestellt hat. Und diese Zeitqualität bedeutet eben, dass wir unser Leben auf einer ganz neuen Ebene verstehen und bewusst wählen, wie wir es gestalten und zu welcher Welt und damit natürlich auch Menschen wir gehören. Es gibt immer noch die alte Welt mit diesen destruktiven Systemen. Und es gibt die neue Welt, die gerade entsteht und in vielen Abschnitten auch schon da ist und immer mehr belebt wird. Und je mehr wir in diese neue, erwünschte Welt eingeklinkt sind, je mehr wir auf dieser Frequenz dieser neuen Welt schwingen, umso mehr merken wir natürlich auch, dass uns die alte Welt gar nicht mehr interessiert. Weil die, die alte Welt, die hängt natürlich an unseren unerlösten Traumen und Energien. Und wenn wir die erlösen, dann klinken wir uns da schlichtweg nicht mehr ein. Wir haben immer weniger am Hut mit der alten Matrix, die da so voller Systeme und Verbote, Begrenzungen, Schmerzen und ja, Neins sind. Diese ganze alte Welt, die interessiert uns immer weniger, weil wir diesen Anker nicht mehr werfen, weil wir das in uns schon transformiert haben. Und natürlich kann es jetzt für viele, die da schon länger dran arbeiten und peu und peu dran gearbeitet haben, ein sanfter Wandel sein. Ja, so langsam, aber sicher merkt man immer mehr, dass es in die richtige Richtung geht, kommen neue Menschen ins Leben, die man sich vorher schon gewünscht hat, wunderbar. Aber manchmal, für die, die jetzt gerade so beginnen und vielleicht auch, weil diese Zeitqualität jetzt gerade so Rückenwind gibt, auch richtig schnell durchgehen und richtig viel auflösen und richtig klare Entscheidungen treffen, kann es auch sehr abrupt sein. Also so als hättest du mit deiner Fernbedienung einfach einen Film umgeschaltet und da lief vorher der Horrorfilm und das Drama und jetzt bist du in der Leichtigkeit des Seins-Komödie gelandet. Wie auch immer, es liegt daran, dass wir mit neuen Dingen in Resonanz gehen, die aber eben jetzt auch schon zur Verfügung stehen. Die standen vor 10, 20, 30 Jahren auch noch nicht in der Form zur Verfügung. Das liegt an unserem gemeinsamen Wandel. Ja, und das war der grobe Filter. Und nach diesem groben Filter kommt der feine. Und da sind wir auch schon mittendrin. Also diese Prozesse, die können bei manchen, die ganz bewusst dabei sind und hinsehen und hinspüren, auch schon länger laufen. Aber so richtig offensichtlich wird es ganz aktuell, weil jetzt geht es nicht mehr darum, die ganzen Unwahrheiten und das Unterdrückte zu entlarven und danach zu handeln. Also weißt du, die alten Strukturen einzureißen. Natürlich tun das immer noch manche und das ist auch gut und richtig so, wunderbar. Aber wenn du schon ein bisschen, nein, ich will nicht sagen weiter, weil das immer so eine Wertung ist. Die anderen sind noch nicht so weit, so meine ich das überhaupt nicht. Aber wenn du da eben schon durch solche Prozesse durch bist und merkst, das macht mit mir schon gar nichts mehr. Ich muss niemanden mehr überzeugen und ich muss auch nichts einreißen. Ich habe da schon so viel gemacht. Dann geht es jetzt um was viel, viel Feineres, nämlich die reine Frequenz. Die Schwingung der Seelen, der Menschen, die jetzt zusammenkommen oder eben auch getrennte Wege gehen. Es geht darum, unantastbar wahrhaftig zu sein, wirklich die unantastbare Wahrhaftigkeit zu leben und dadurch, genau dadurch, die eigene Seelensignatur so klar sichtbar zu machen, für dich selbst, aber auch für Seelenverwandte, die diese Kohärenz dann spüren und sich angezogen fühlen und so in dein Feld kommen. Dein Herz wird dir immer den Weg weisen und du wirst in allem unterstützt, was wahrhaftig ist. Alles andere wird scheitern. Deswegen sei ehrlich. Versuche deinem Gegenüber in Liebe zu begegnen. Auch ein Abschied kann ein freudvolles Ereignis sein, wenn man es aus der Perspektive der Seele sieht. Keiner von euch ist falsch. Ihr seid nur eventuell in anderen Welten zu Hause und das ist okay. Und das wird jetzt eben klar. Ja, kommen wir zu den Partnerschaften der neuen Zeit. Also hauptsächlich durch die Loslösung aus den alten, verhärteten Familienstrukturen verändern sich jetzt natürlich auch die Partnerschaften. Zumindest die, die noch mit den alten Glaubensvorstellungen und Ego-Welten vernetzt waren. Also mit der alten Matrix, mit alten Familienprogrammen. Und da diese Strukturen sich jetzt allgemein und auch in uns nach und nach auflösen und immer weniger Kraft haben, also die Menschen immer mehr nach Wahrhaftigkeit und bedingungsloser Liebe und weniger nach Sicherheit und Gewohnheit rufen, kommt hier eine ganz kraftvolle Bewegung in Gang. Partnerschaften haben jetzt große Chancen, sich erheblich zu verändern und wieder erfüllend in die Herzensebene zu kommen, wirklich wieder die Glückseligkeit, die Herzensliebe zu bedienen oder sich eben auch zu wandeln, wenn das gar nicht der Plan der Seelen ist. Dann können zum Beispiel aus Partnerschaften Freundschaften werden oder auch aus Freundschaften Partnerschaften. Wenn zwei merken, dass sie den Weg nicht mehr als Paar gemeinsam gehen möchten, dann lief das früher oft so auf dieser alten Ebene der Schuldzuweisung und Opfermentalität, Täter-Opfer-Prinzip. Weißt du, immer so dieses Ja, wir hätten es ja geschafft, wenn du dich anders verhalten hättest, wenn du dies und das nicht gemacht hättest oder nicht unterlassen hättest oder wie auch immer. Und dann muss man mit anderen sprechen, um die auf die eigene Seite rüberzuziehen. Man muss Begründungen finden. In der alten Welt muss alles eine Begründung haben und das Ego möchte immer gerne gut dastehen. Also, dass die anderen sagen, Oh ja, du hast wirklich keine Schuld und er oder sie war schuld. Aber das passt überhaupt gar nicht mehr zu der neuen Zeitqualität. Es geht ganz neu, weil wenn zwei merken, Hey, wir beide, wir hatten unsere Zeit, aber jetzt haben wir sie nicht mehr. Jetzt kommt was Neues, jetzt kommt was anderes. Dann haben sie auch die Wahl, zu sagen, wir segnen diese Vergangenheit. Das hat uns viel gelehrt. Vielleicht auch war es schmerzhaft. Vielleicht auch ist es jetzt schmerzhaft, ja. Aber wenn wir wissen, dass unsere Seelen etwas anderes gewählt haben, dann lassen wir uns jetzt diese Freiheit. Dann können wir jetzt in Liebe und Dankbarkeit für den gemeinsamen Weg wirklich loslassen. Und daraus resultierend auch echte Freiheit für beide herstellen. Weil das war ja bisher auch oft so, dass nur der eine die Trennung wollte und der andere nicht. Und dann gab es dieses Hin und Her und dieses Verlassenwerden. Und einer muss sich die Freiheit so erkämpfen und ist aber immer ein bisschen schuld. Und der andere ist ja verlassen und deswegen auch nicht frei. Und ja, beide können sich bewusst loslassen. Beide können sich in Liebe und Dankbarkeit loslassen und beide können damit in echter Freiheit, weißt du, wirklich mit einer neuen Basis unter den Füßen, mit einem stabilen Boden unter den Füßen in jeweils ihre Richtung losgehen. Es ist die Seelenqualität, die jetzt über allem steht und alles andere im Leben ordnet sich diesem höheren Wissen unter. Was nicht auf Liebe basiert, das hat keinen Bestand. Für unsere Seele ist es nur interessant, ob die beiden eine Verabredung miteinander haben, sich also jetzt gemeinsam in eine neue, höhere Ebene entwickeln und durch diese Vereinigung auch dem großen Ganzen, dem Wandel, ja der Liebe selbst, zu dienen. Ja, und durch diese neuen Verbindungen unter verwandten Seelen, auch unter Dualseelen natürlich, kommen jetzt ganz viele zusammen, werden wir auch immer mehr an unsere feinstofflichen Ursprünge angebunden beziehungsweise erinnert. Die werden immer zugänglicher für uns. Wir kommen immer mehr in Kontakt mit unserer feinstofflichen Welt, mit anderen Dimensionen, in denen wir auch präsent sein können. Wir bekommen immer tiefere Einblicke, Informationen, Begegnungen im geistigen Feld und wenn wir stärker verbunden sind mit unserer Seele, mit unserem höheren Selbst, mit unserer Seelenfamilie und natürlich auch das alles über unser Seelenstern-Chakra bereinigt haben, dann können wir auch unser Potenzial immer klarer verstehen. Weißt du das, was wir mitgebracht haben in diese Inkarnation? Und dann gehen wir wirklich unseren Seelenweg. Also das gehört alles zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Das ist ein Feld, das uns immer mehr zugänglich wird und sich immer mehr entfaltet. Je mehr wir uns auch dafür öffnen und wirklich in diese Wahrhaftigkeit gehen. Aus dem ganz tiefen Wissen raus, dass es was anderes gar nicht gibt, als das, was für uns wahrhaftig ist. Ich habe dazu einen eigenen Podcast gemacht zur Wahrhaftigkeit, wenn du da noch mehr dir dazu anhören möchtest. Und bitte noch eine ganz kurze Info am Rande. Also wenn du das Gefühl hast, dich mit all diesen Themen, die ich jetzt hier nur anschneiden kann, tiefer beschäftigen zu wollen, dann kannst du das mit Teki tun. Du kannst im Intensivseminar Ahnenkraft alles mit den Ahnen aufarbeiten. Du kannst im Intensivseminar Seelenkraft eben all diese Themen, die ich gerade genannt habe, kennenlernen, aufarbeiten. Auch zum Thema Inkarnationsweg, was macht das alles für einen Sinn und Dualseele und so weiter. Und auch zum Thema Partnerschaft und Sexualität habe ich das Herzenskraft-Intensivseminar gemacht, das dir ganz, ganz viele tolle Tools bringt, die jetzt eben in der heutigen Zeit helfen, wirklich hier gut durchzukommen. Teki 1 ist immer Voraussetzung. Schau es dir einfach an. Und bitte, das soll keine Werbung im herkömmlichen Sinn sein. So was mache ich nicht. Sondern es ist eine Hilfestellung von Herz zu Herz. Ich will dir hier nicht nur die Dinge um die Ohren hauen, sondern dir auch sagen, hey, wenn du möchtest, wenn du tiefer gehen möchtest, dann gibt es hier etwas. Also von Herz zu Herz, wie alles, was ich veröffentliche. Ja, und diese ganzen neuen Vernetzungen, die dienen dem Manifest der neuen Erde. Und das muss uns einfach klar sein, das darf uns klar sein, dass das weit über das hinausgeht, was wir als in diesem Körper real empfinden. Also lass uns den Kreis mal etwas weiterziehen, weil natürlich hat alles, was wir jetzt in dieser Zeit erleben, seinen Sinn. Seinen Sinn im Sinne des großen Wandels, in dem die Menschheit und unser wundervoller Planet Erde sich gerade befinden. Und ja, dazu habe ich schon viel gesprochen und geschrieben. Und im Sinne dieser familiären und partnerschaftlichen Beziehungen geht es nicht nur um Abschied, Sondern es geht darum, eben jetzt wirklich bereit zu sein, in Resonanz zu gehen mit den Menschen, die jetzt bei uns sein sollen, die jetzt auf dem weiteren Weg, den wir gehen, an unsere Seite gehören, die uns stärken, nähren, aufbauen, inspirieren, mit denen wir uns für diesen neuen Lebensabschnitt und die anstehenden Aufgaben und Ereignisse auch verabredet haben, mit denen wir vielleicht auch das Potenzial zusammenlegen dürfen, um das große Ganze derart zu unterstützen, wie wir es jetzt sollten. Weil wenn wir dann genau mit den richtigen Menschen zusammen sind, richtig in Anführungszeichen, die zu unserer Seelenschwingung passen, dann geschieht etwas wirklich Großartiges. Wir erinnern uns wieder ganz genau, warum wir hergekommen sind, was wir zusammen hier wollen und was wir hier und jetzt auch verwirklichen möchten, auf die Erde bringen möchten. Und genau das ist der Ruf dieser Zeit. Wir kommen zusammen, um die neue Welt zu manifestieren, wirklich in die irdische Form zu bringen. Und das geschieht nicht irgendwo, sondern mitten in dieser Welt, die wir kennen. Es ist sozusagen erst mal eine Parallelwelt, eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft, eine Energie, die dich zur Insel macht und ja, die bekommt immer mehr Kraft und eine neue Sicherheit entsteht in uns. nicht die Sicherheit im Außen durch Strukturen und Systeme und Versicherungen und so weiter, sondern die Sicherheit, auf dem Pfad unserer Seele zu wandeln und dabei geführt zu sein und richtig zu sein in jeder Sekunde. Jeder von uns ist mit einer ganz bestimmten Gabe und vielleicht auch Aufgabe gesegnet. Etwas, was wir uns bereits vor dieser Inkarnation ausgesucht haben und was wir hier leben möchten. Und viele Menschen entdecken diese Gaben in der aktuellen Zeit. Durch die eigene Seelensignatur greifen wir eben auf das zu, was wir brauchen, um jetzt unsere Rolle zu erkennen und einzunehmen. und eben vielleicht auch mit vereinten Kräften jeder in seinem Bereich und doch gemeinsam das Neue zu erschaffen. Und dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Ganz sicher nicht. Wichtig ist auch zu wissen, dass niemand verloren geht. Wir trennen uns nicht wirklich. Doch in dieser, ja, Erfahrungsebene Erde ist es eben so, dass wir jetzt mal für eine Weile andere Wege erkunden. Und irgendwann führen sie vielleicht auch wieder zusammen. Und bis dahin dürfen wir vertrauen und unaufhaltbar unseren Herzen folgen. Vertraue deinem Seelenweg. Vertraue dem großen Plan. Vertraue denen, die an deiner Seite gehen. Vertraue den Sehnsüchten deines Herzens.